So, hier haben wir eine Prediction zum World Cup Team of the Tournament. Also es wird ja ein Team of the Tournier rauskommen. Vielleicht werde ich da auch nochmal Packs öffnen. Das sieht schon brutal aus, wenn das so kommen sollte. Mit Messi, Mbappé, Bruno, Griezmann, Gakbo, Gak, 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 Gak. Guardiol war auch geisteskrank. Meint ihr, ey, Harry Maguire, erste Special gerade, direkt SBB. Ja, guck mal, die ganzen Marokkaner auch mit dabei. Amrabat war krass. Musiala war auch der beste Deutsche mit Abstand. Ja, Prediction könnte kommen, aber Bruno muss auf jeden Fall auch da sein. Great, boah, wäre schon geil, Alter. Wäre schon geil, wenn man wieder so ein richtig geisteskrankes Team rauskommen würde, Leute. Safe.